Nachdem sich die libysche Außenministerin Naila Al-Mangusch vergangene Woche inoffiziell mit ihrem israelischen Amtskollegen Eli Cohen getroffen haben soll, sind in Libyen in der Nacht zum Montag gewaltsame Proteste losgebrochen. Hintergrund der Auseinandersetzung war die Empörung darüber, dass sich die Außenministerin mit Vertretern Israels getroffen hat, obwohl die beiden Länder keine diplomatischen Beziehungen zueinander führen. Augenzeugen zufolge sollen Demonstrierende in Tripolis Reifen angezündet und Straßen blockiert haben. Sie forderten den kompletten Rücktritt der Regierung von Ministerpräsident Abdulhamid Baiba. Videos sollen außerdem zeigen, wie Menschen die Residenz des Ministerpräsidenten anzünden. Berichten zufolge hatte Baiba die Außenministerin bereits am Sonntag von ihrem Dienst freigestellt. Die Außenministerin selbst dementierte interne Gespräche mit Cohen. Bei dem Treffen in Rom habe es sich ausschließlich um eine informelle und unvorbereitete Zusammenkunft gehandelt. Laut einem libyschen Gesetz sind solch enge Kontakte zu Israel strafbar.